Das Motto der Grünen ist ja, Integration muss man umsetzen und nicht aussitzen. Deshalb sind wir heute hier, Bad Vilbel, Idee zum Tisch. Eine offene Gesellschaft, eine Tafel der Toleranz. Wir kommen alle zusammen, teilen unsere Leckerbissen und unsere kulinarischen Köstlichkeiten miteinander und kommen ins Gespräch miteinander und probieren so auch Integration umzusetzen. Katrin Anders ist eine sehr gute Kandidatin für die Wetterau. Sie kommt von hier, sie kennt sich mit den Problemen und Belangen der Wetterau aus. Als Mutter von drei Kindern weiß sie auch ganz genau, wie es um die Betreuungsmöglichkeiten steht und weiß, wo man hier anpacken muss, wo hier noch was zu tun ist. Und deswegen kann sie uns sehr gut auch im Bundestag vertreten, dort für die Belange der Wetterau zu kämpfen. Und ich bin sehr froh, dass sie für Bad Vilbel antritt und aus Bad Vilbel antritt, für die Wetterau und uns im Wahlkampf so grandios unterstützt mit ihrem Wahnsinnsengagement. Außerdem steht sie für Integration, gerade heute auch hier mit unserem Fest Bad Vilbel-Lehze-Tisch. Und werden wir auch dem grünen Motto getreu. Integration muss man umsetzen und nicht aussitzen. Und dafür stehen wir mit der offenen Tafel, die wir heute veranstalten.